Hallo Maxi. Hallo Clara. Was machst du am Wochenende? Ich habe keine großen Pläne. Ich muss für den Biologietest lernen. Was hast du vor? Am Samstagvormittag habe ich Schwimmtraining. Am Sonntag besuche ich meine Oma in Gmunden. Das ist aber schön. Ich besuche meine Großeltern nur in den Ferien, weil sie in Deutschland leben. Am Samstag Nachmittag gehe ich mit einigen Freundinnen und Freunden aus der Klasse Lasertag spielen. Warst du schon einmal Lasertag spielen? Ja, ich war einmal letztes Jahr zu meinem Geburtstag und ich kann dir nur sagen, dass es einfach toll war. Cool, ich habe es noch nie gemacht. Ich bin ganz aufgeregt und ich kann es kaum erwarten. Magst du mitkommen? Aber selbstverständlich. Das ist eine tolle Idee. Ich komme gerne mit. Leihwand. Ich freue mich schon. Ich schreib dir noch. Ich mich auch, Clara. Wir hören uns.